So, jetzt hatten wir hier unsere Map mit den mehreren Etagen, dann legen wir jetzt eine neue Map an, auch wieder UDMF-Format. Und hier machen wir jetzt ein bisschen Spielerei, was man alles damit machen kann. Und zwar hat man ja gemerkt, es wird der Blick und man selber wird teleportiert. Und damit kann man natürlich witzige Sachen machen, die in der Realität überhaupt nicht möglich wären. Das heißt also, wir erstellen jetzt erstmal eine Landschaft. Richtig schön, wir machen mal hier ein bisschen größer, machen wir das Ganze mal hier. So ein bisschen, warum können wir hier mal ein bisschen protzen hier. Ist hier eigentlich alles easy. So. Das wird dabei eine, wo sind wir denn jetzt hier? Das wird natürlich wieder eine offene Map, heißt also der Boden, ist Lava. Machen wir schon Gras hier. Immer noch ein bisschen klein. Okay, wir machen das Ganze mal weg. Wir brauchen die größeren Bereich. Ich will praktisch eine Freifläche erstellen. Boah, das sieht schon besser aus. Wir wollen mal ein bisschen hier, hier mal ein bisschen größer machen. Ja, 460, 460 ist immer gut. So. Einmal hier so richtig schön. Ja, das ist doch eine brauchbare Größe. 8x8000. Das kann man machen. Das ist die Mutti stolz. So, jetzt haben wir hier eine richtig schöne, ganz eine große Fläche. Okay, der Titel kommt damit nicht mehr klar. Warum ist das mal dunkel, mal hell? Start mal kurz, äh, Slayton neu. Erst mal hier noch einen Punkt hinsetzen. Damit er hier nicht meckert. So. Ja, einmal beenden. Und dann starten wir nochmal. Aha, schon besser aus. So, äh, Boden ist, wie gesagt, Gras. Und wir wollen dann, wie gesagt, Freigelände machen. Heißt also, als Decke nehmen wir natürlich unseren Himmel. Und das hier alles kommt natürlich auch zum Himmel. Ach, nee, gibt's ja gar nicht. Äh, da brauchen wir das hier, diese Linie. Heißt also, hier ist ohne Textur. Ohne Textur heißt praktisch denn innerhalb der Engine, ähm, wo ist denn, ach da, ganz klein. Äh, ohne Textur heißt, wenn da drüber Himmel ist, und das ist die einzige Ausnahme, wenn da drüber Himmel ist, und man hier keine Textur nimmt, dann sieht man hier auch den Himmel. So, das Ganze testen wir mal ganz kurz. Dazu rufen wir unsere Map auf. Map 2. Tada. Himmel. So, wir wollen jetzt auf dieser grünen Fläche, wollen wir einen Raum machen. Wollen wir einen Raum machen, also diese Sprache. Das heißt Deutsch. Äh, wollen wir einen Raum erstellen, erbauen. Whatever. So, dazu gehen wir da, äh, hier hin, und sagen, boah, wir machen mal hier so richtig schön, erst mal hier so richtig schön, oh, richtig schön quadratisch, praktisch guten Raum, das wäre eher weniger quadratisch, das ist überhaupt nicht quadratisch. Äh, so, aber ist das schön hier. Dankeschön, und der kommt weg. Jetzt haben wir hier richtig schön Raum. Der Raum hat natürlich keinen Freihümmel, das ist ein richtig technischer Raum hier. Der ist asphaltiert und zugenäht, bis der Arzt kommt. und so. Na, guck mal, weil hier so was hier ist, ist ja eigentlich easy. So, das ist der Raum. Wie man sieht, der Raum hat keinen Eingang, keinen Ausgang, sondern, wir bauen einen Teleporter. Und zwar so richtig schön mittelalterlichen, heißt also, der Teleporter ist zwischen zwei Säulen. Ich brauch das da, das da. Wir bauen also hier eine Säule, oder wir machen es mal ein bisschen seitlich. Wir machen hier eine Säule und hier eine Säule. Und in dem Raum hat man natürlich auch wieder Säulen. So, wie bleibt es das hier? Das ist, oh Gott, das ist eine ungerade Zahl. Was macht denn hier? Oh, das ist voll, dass ich 42 ist. Mies. Gott. Na gut. Ist halt so. So, das hier wird unser Teleporter. So, ähm, jetzt, haben wir ja, wie wir gelernt haben, brauchen wir mal zwei Linien, eine zum Rhein und die andere für die andere Seite, weil unsere Teleporter soll ja von beiden Seiten begehbar sein. So, äh, also müssen wir wieder in der Struktur ein bisschen kleiner werden. Nein, nicht größer, sondern kleiner. Ja, so ist gut. Und brauchen jeweils zwei Linien, äh, die bitte nach außen gehen, nicht nach innen, aber ist kein Problem, können wir gleich wieder flippen. Nein, das ist schlecht. So, und die beiden müssen wir jetzt mal ganz kurz hier flipen. Perfekt. So. Aha, jetzt müssen wir uns mal die ganzen Dinger suchen. Also, das hier ist der eine, das ist der andere. Na, machen wir es einfacher, wir klauen die Dinger einfach. Bab, 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 so, jetzt haben wir hier perfekte Säulen. So, diese Säulen sollen natürlich ein bisschen magisch aussehen. Was haben wir denn da schönes? Oder eklig? Das sind die, das sind die Totenschädel, ach komm, wir nehmen einfach hier Gedärme. Richtig schön Blutgetränk dritt, der Gedärme hier, mag ja jeder zum Frühstück erst mal. Schön mit dem Spiegelei und bisschen Speck angebraten, einmal Medium und dann immer runter damit. so, jetzt gehen wir wieder in die Linien, in den Linienbonus und sagen, das hier ist unser erster Teleporter, 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 jeder soll zu dem zweiten Teleporter gehen und zwar, ich werde es immer Interactive benutzen, weil, wie gesagt, das ist das, was ich auch für immer genutzt habe, bei dem Teleporter, da scheint es wohl doch ein paar Macken zu geben, deswegen, wir benutzen einfach immer Interactive, und der zweite ist natürlich der hier, wenn man hier reingeht, kommt man hier wieder raus, also, also erstmal hier dieses Slick hier, also ist das wie Nummer 2, das ist natürlich auch wieder ein Teleporter und der schickt uns natürlich wieder zurück, wenn wir da durchgehen, so, das funktioniert und das gleiche jetzt natürlich mit der anderen Seite auch wieder, Special Arguments, was jetzt, genau, das ist Teleporter 3, Teleporter und er schickt uns zwar 4, so, und die 4 ist denn das hier, alles gedöhnt, das ist hier immer wieder das gleiche, aber auch nicht weiter schlimm, da hat man wissen, gleich ein bisschen Training, mit dem Anker brauchen wir diesmal nicht machen, weil sich ja alle auf der gleichen Ebene befinden, dementsprechend brauchen wir den Anker, hatte ich ja gesagt, das braucht man nur denn, wenn Teleporter auf unterschiedlichen Höhen sind, und dann brauchen wir den Anker, so, jetzt haben wir hier unsere Teleporter, dann sprechen wir das Ganze mal, und jetzt kommt der super duper geile Effekt, den wir alle erwartet haben, oh, wir können in den Raum reingucken, und wir sind in dem Raum drinnen, und jetzt sind wir nicht nur in dem Raum drinnen, ja, ich zeig's bewusst nicht, scheiß doch, hab's gerade gezeigt, wir können aus dem Raum rausgucken, holy moly, ist das nicht genial, ist das nicht geil, gut, wenn man jetzt die Dinger ein bisschen weiter zusammenstellen würde, wird es noch ein bisschen besser aussehen, ist es ein bisschen sehr groß geworden, ich hoffe man verzeiht mir, aber ich glaube mal, die Gedärme werden alles wieder auf, ja, ein Traum, in Gestaltung, 1 plus, so, und damit kann man halt wunderschön in Räume reingehen, oder halt zu Orten gehen, die halt viel weiter weg sind, ich habe hier nochmal so schön, als web dargestellt, man merkt also, wir werden rumgeschubst, ja, immer ruft auf unsere Gefühle, und fragt Gena, so, und, dann, zeige ich jetzt in der, in der, in der nächsten Map, äh, ja, ich mache es auf extra Video, genau, ich mache es jetzt, immer pro Sache, mache ich immer ein Video, äh, im nächsten Video zeige ich denn, Raumverzerrer, sage ich jetzt mal, gut, aber, das wie gesagt, in der nächsten Map, von daher, auch im nächsten Video, in dem Sinne, schau mit V, BZW, bis gleich.